Ich geb's auf. Los, alles einpacken! Wir fliegen! Ich werd zurück. Nein! Ich bin erkrankt! Nein! Oh mein Gott! Laut um euer Leben! Oh mein Gott! Okay. Okay. Ich seh auch, wie das alles hier aufleuchtet. Das find ich voll gut. Und wieder raus. Okay. Oh nein! Oh nein! Ich weiß nicht, das ist total abgefahren. Ich habe auch gar keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich gehe mal ganzes weiter. Wir haben ja auch noch gar kein Ziel. Ja, dann hau rein. Ach so, was ein Helm. Wir machen es dir vor. Okay. Wir müssen das Ding hier starten. Okay. Wir brauchen aber vorher einen Helm. Hier haben wir keinen Helm. Gehen wir wieder raus. Gehen wir mal hier runter. Ego zu hölnischen. Oh nein. Let's do. Let's do wobei. Mein Liebling, mein Liebling, sag ich. ich habe mich gerade gewundert wie viele räume es gibt kommen viele die riechen große abgefallene nase wenn du was geklaut hast im geschäft dann kommen die bullen die 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 ich finde es lustig aber ich habe keine ahnung ist nichts zu tun wollte irgendjemand eine trompete haben so louis dankeschön es ist richtig gelesen ich glaube hauptlich ja du erzählst wir was für die geschichte sehr schön mythologie ein gasballetterater Lissu. Lissu bleibt. Das ist glaube ich ein bisschen einfacher. So soll es sein. Das ist voll brutal. Das ist voll brutal. Wo ist das? Von dem kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und wer war denn das hier? Ah, da kommt er. Ah, kommt, geht alles von vorne. Aber hier kann ich nichts tun, ne? Ne. Mit dem Kopf aufhauen. Eigentlich, eigentlich. Lissu ja, ein bisschen spät. Also, was heißt, wir sind gerade ein bisschen spät dran. Sehr spät sogar schon. Das ist hier vielleicht für die Trompete spielen, ne? Irgendwie will ich bestimmt die Trompete haben. Waren wir hier unten schon? Oh, was haben wir hier? Wir sind das Gehirn, ne? Hallo Phoenix. Ich hab keine Ahnung. Wo müssen wir jetzt hin? Hier, hier, hier. Hier oben können wir noch nicht hin, ne? Hier kommen wir nicht rüber. Habe ich irgendwas, irgendwas falsch gemacht noch? Noch, noch nicht richtig gemacht. Hm. Von der anderen Seite vielleicht kommen? Irgendwie kann ich hier nichts tun. Komm ich hier wieder weg? Ich bin ja wieder weg. Oh, Tata Riana. Hallöchen. Ich hab keine Ahnung. Hat die ohne Ahnung? Ich kann hier nichts mitmachen, oder? Kann ich dich hier rüberziehen? Ich versuche gerade irgendwie alles zusammenzutreiben, hier diese... die Lichter. Aber es geht irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Wie viel Trompete spielen? Oh Gott, wird verrückt. Guck mal, die Musik leise kurz machen. Ich komm hier nicht raus. Ich komm hier nicht raus. Ich hab grad keine Ahnung, ich komm hier nicht mal raus. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Kann ich das Ding nicht bewegen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Kann ich das drehen, das alles auf dem Kopf? Nee. Ich versuche gerade überall zu drücken, aber ich kann nichts tun. Gar nichts. Ich kann nicht nach rechts. Würde ich ja auch immer gehen. Ich kann leider nicht nach rechts. Ich kann nur runter auf den Zwischenzichten diesen Dreien hier hüpfen. Ach so, man kann auf den... Oh, okay, ich bin auch weg da. Weg, weg. So, jetzt die große. Okay, ich hab's verstanden. Okay, jetzt. Ich wollte jetzt eigentlich da rübersprengen. Okay. Habt ihr euch die dabei gedacht, Entwickler? Du machst mich ja total irre. Okay, 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 ich glaube, ich weiß es jetzt so rum. Er hat nur zwei Positionen. Nein. Ich wollte nicht da rüber. Komm, geh mal her. Ich glaube, es gibt nur zwei Positionen. Nein, nicht bewegen. Ich wollte da drauf springen. Ich geh jetzt zurück. So, jetzt aber. Da drauf. Dann da rüber. Und jetzt. Ja. Oh Gott, ich geh jetzt weiter. Was ist denn hier los? Oh, nerd. Oh mein, mein Prime, äh, Far Cry Prime, oh mein Gott. Das ist schon so lange her, habe ich immer mittendrin aufgehört. Leider. Hat mir sehr gut gefallen, das Spiel. Ach nein, ich will das nicht so spielen. Ich will nochmal, was kann man hier eigentlich drücken? Äh, eine, ein Blümchen. Leute, wir machen einen Cut für heute. Wir machen ganz ehrlich einen Cut für heute. Wir machen das nächste Woche weiter. Ein gutes Nächste, ihr Lieben. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.